Irgendwelche letzten Worte Zerschmettert das Gewurm Ich habe jetzt 4 Sonderkarten dabei Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 normale Karten Ja, 6 normale Karten und 4 Sonderkarten Schauen wir mal, ob das hier gut hinhaut Wie ich gestern schon gesagt habe Habe ich jetzt gestern während der Aufnahme sogar mal schnell geschaut Wann ich Training habe, ich habe gesagt Dienstag Also gestern, somit nehme ich jetzt Also für euch gestern, für mich in 2 Tagen Ich nehme jetzt einfach mal nochmal Eine Runde auf, um dann am Mittwoch wieder Für die komplette Woche neu aufzunehmen Ich hoffe, dass es heute hin Weil am Montag keinen aufnehmen Muss ich lernen Dienstag Training Mittwoch kann ich dann aufnehmen Dann komme ich wieder zurück zu daheim Gut, das ist heute noch Mittwoch dann wieder eine Aufnahme Nur mit diesem wunderschönen kleinen Rechner hier Ich kann nicht mehr Also mit meinem laptop Nachdem mein PC immer noch nicht funktioniert Juhu Ich hoffe, danach geht es dann Ich klopfe mal auf Holz Damit es wirklich jetzt dann die Drei Fehler waren Damit es eigentlich mein Mainboard Mein Altbar und mein Prozessor Leicht zerstört hat Zerstöre alle zwei Züge am Ende deines Zugs Die Schwächste nicht gott Einheit der Reihe außer dieser Einheit Und absorbiere ihre Stärke Die ist cool Ähm Wir spielen nichts Ich will nicht sterben Ich will nicht sterben Ich auch nicht Aber Tja Irgendwann ist immer noch dran Ich hoffe es aber Mir dauert es noch viele viele Jahre Aber Achter nimmt da nur eine Okay Wie spiele alle Kappenspringkarten aus deinem Deck aus Okay Genie als jedes Mal Kappenspinnen wenn ein Monstereinheit auf deiner Seite stärker absorbiert Absorbiert Butter Tschüss Sonst absorbiert er ja ewig keine mehr Stärke Das geht auch nicht Ähm Ich passe Ich passe Absorbiert er die ganze Stärke hier immer Ja Das ist ja Er hat jetzt eine zerstört und es kam tausend Nein Nein 19 Karten Ich hab 23 Oh da Das ist so abartig Ödi Stärke Den haut spielen wir es echt so aus Oh Gott die Kuh Da wird nicht gewarnt So Ähm Lass dich spielen wir die hier Ich muss jetzt auf Offensiv gehen nachdem ich die erste Runde erstmal absichtlich verloren habe Weil das war ja Pfff So Die Karte Männer an die Waffen Der ist schon mal zwei Punkte voraus Hat drei Karten Das zieh Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Sonderkarte Sonderkarte Adrenalinrausch Okay Ich spiele die Karte hier aus und erhöhen die Stärke und die Stärke Also DADAM 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 Ah der wird die. Ok dann spielen wir sechs die hier aus ich bin gespannt was er macht sind das schon ordentlich weit vorne ich möchte immer noch nicht ausspielen die brauche ich dann auf jeden fall für die letzte runde da wird nicht gewarnt die mitrium bombe oh gott hat die setzte eine karte zurück der die karte zurücksetzt okay ja und die hier noch so du bist dran wenn du die stärkste karte hier zerstörst ist die hier passt okay dann passen wir jetzt auch einmal ich hoffe bloß wir kriegen jetzt eine karte von einem angreifer also an mann keine sonderkarte was dann schauen wir problem ja wir haben ein problem ja wir haben verloren sag mal so aber wir lassen ihn mal nicht noch ein bisschen nicht glauben damit wir noch gewinnen können ja hat nichts gebracht okay für die städte ein exemplar einer nicht gar nicht auf ihrer seite um vier ich möchte wissen was er so an karten hat wird sich wahrscheinlich jetzt auch verarscht bekommen eisig oh gott ich war so blöd wieso habe ich die karte ausgespielt dann lieber da eine karte ausgespielt aha ne ich würde ihn aber auch nicht stärken gott pass mal doch oh gott war ich blöd ich war so blöd wieso wir werden die runde auch noch gewinnen können ich habe da unten 8 16 16 22 punkte plus die zwei punkte von der einen ich habe noch 24 punkte mehr 24 aber 38 plus die goldeinheiten auch gott ja war ein gutes spiel ich bin so blöd naja ich hoffe ja trotzdem das video von der mitte darauf gefallen wir sehen uns auf 15 erz dann morgen wieder wieder bei gewendt was anderes kann ich ja nicht aufnehmen mit dem pc aber ich freue mich so wenn mein pc wieder da ist dann kann ich eine runde ich hoffe ich auch und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen quennt runde und dann auch wieder mit dem pc wirklich im end des monats kommt er an der woche kommt